Das musst du dir richten, bevor du weghupst, gell? Dass die Feinige nicht ein Problem kriegt. Oder ich mit deiner Weih. Alles klar. Gut, magst du den halten nachher? Ja. Einfach spauen. Warte, schau her, wenn ich dir den hertue, dass du leichtsame nachkriegst, gell? Was? Auf halber der Höhe schauzt das an und auf halber der Höhe schauzt das an. Was? Auf halber der Höhe schauzt das an und auf halber der Höhe schauzt das an und auf halber der Höhe schauzt das an. Das Beste, was du hältst den hinter. Also wenn du hinter dem Bad nachkriegst. Wenn du das da aufgesteckt und du machst es einfach ein wenig runter oder schwer und dann halt. Du musst dich helfen. Auch nichts ist da. Hau hin. Das Zellen im Zwischenfeld noch. Weil sonst bleibst du immer bei der Leiter hängen. Und dann schau, dass du dich vollwegs runter spauenst. Also du tust den Schwaben in Füllen machen, gell? Ja, geht's. Wenn du mit den Zehenspitzen immer zum Baum zurückkommst, dann dreht es dich nicht so. Soll ich aufpassen? Soll ich aufpassen? Soll ich aufpassen? Soll ich hier halt schnell. Dann schau, wenn du dich schaffst. Du hast dich doch nichts verloren. Du hast du dich. Soll ich aufpassen. Soll ich nicht. soll ich auch nicht. Soll ich dich schaffst. Dein Tomaschraue. Jetzt sind es ja keine Schwacharbeit, die jetzt natürlich eine Vorbereitung hat. Die haben die Leute, die haben sie schon leuchtet. Aber ihr seid recht spurtig, bei dem her. Ja. Schau. Wenn du jetzt die Hände hast, drückst du das eine Seil, was da oben gespannt ist. Einfach durch den Karabiner durch, dass es oben fällt. Das rechts, ja. Völlig gescheit hin, dass das eine Seil oben halten muss. Kann ich auch auslassen, da alles. Ja, das ist ja nicht. Ich muss da einmal über die Eisen, was drüber lässt. Das Seil. Sonst fangst du dich selber. Ja. Nächstes Seil drüber. Was. Du musst da oben bis der Rost einmal angeschneit. Rost einmal gescheit. Ja. Du sollst schon aufgeschnaupt sein, jetzt aufgesteißen. Weil das ist auch nicht so ohne. Ja. 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 So, jetzt konzentriere ich mich, wie ich laufe und jetzt ziege ich es durch, jetzt, zack, und dann durch haufe. Das geht. Das ist eine sehr gute Pulle. Hoch, fast genug. Stürze aus. Zieb dich auf. Sehr gut. Türa. Yes. Und langsam roll. Langs roll. Hört, wie du es rollt wirst. Yes. Jetzt geht es dir. Yes. Auf dich. Sauber. Geil. Oh. Ja. 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 Vielen Dank.